In Angriff nehmen und das aufklären, das war das größte Verbrechen aller Zeiten hier in der Bundesrepublik und da wird nichts gemacht und die AfD, die macht da was und da kann jeder Mensch merken, hoppla, die haben doch ein Herz und Seele und nicht irgendjemand, der da vorne sitzt, der kümmert sich gar nicht. Alle, die die Impfpflicht wollten, die sind heute ruhig. Hey Leute, ich habe mir eben eine Podiumsdiskussion angeschaut, wo Stefan Brandner von der AfD mal wieder ganz klar auf den Punkt gekommen ist. Eine Frau aus dem Publikum hat die AfD richtig gelobt, weil sie während Corona als einzige Partei für die Menschen eingestanden ist und hat dabei den Altparteien ordentlich die Leviten gelesen. Brandner hat das direkt aufgegriffen und nochmal betont, wie wichtig die Arbeit der AfD für die Grundrechte in Deutschland ist. Wenn du mehr darüber wissen willst, schau es dir an. Los geht's. Haben wir weitere Fragen aus dem Publikum? Sogar mehrere. Achso, hallo, guten Tag. Meine Frage geht an Stefan Brandner von der AfD. Wer sind Sie denn? Ich heiße Andrea Rietz. Sorry, meine Frage ist auch sehr spontan. Also entschuldigen Sie, wenn ich mal ein bisschen stocke und so. Also in Thüringen und Sachsen hat ja die AfD ganz klar Vorsprung gewonnen, so mit über 30 Prozent und so. Und die AfD feiert das auch groß ab. Es gibt allerdings auch ein bisschen Bedenken dabei, weil in Thüringen und Sachsen die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Auch Björn Höcke ist gesichert rechtsextrem und so. Und diese ganze Diskussion ist ja um Strafrecht im Lichte des Grundgesetzes. Und da will ich fragen, vielleicht auch an alle Abgeordneten, vielleicht hier, aber auch speziell an Stefan Brandner. Wie sollte man denn, sollte man sich nicht besonders als AfD, trägt man nicht als AfD auch eine gewisse Verantwortung, weil es sind ja einer, der das Grundgesetz sehr betont. Sollte man da nicht auch eine gewisse Verantwortung dazu tragen oder sich davon distanzieren von Rechtsextremisten wie Björn Höcke zum Beispiel, die sehr offen auch auf Diskussionen so SS-Parolen wie Alles für Deutschland rufen und so. Also kann man, warum distanziert man sich nicht von solchen Menschen und an allen anderen, was kann man so gegen diesen, was sollte man dagegen tun, also gegen solche Menschen, die ganz klar rechtsextremistisch sind? Also sollten die ein politisches Amt auch bekleiden? Ja, also Björn Höcke wegen der SS-Parole, das ist mir jetzt neu. Ich glaube, es war eine SA-Parole. Macht die Sache aber auch nicht besser, aber wir sollten dann schon bei den Fakten bleiben, wenn wir hier auf hohem Niveau debattieren. Die Frage des gesicherten Rechtsextremisten, die ist natürlich klar. Da sind sie wahrscheinlich auch den öffentlich-rechtlichen und den Altparteien auf den Leim gegangen. Das ist völliger Quatsch, dass die Alternative für Deutschland auch nur den Hauch irgendwelcher extremistischen Aktivitäten verbreitet. Das haben nicht die öffentlich-rechtlichen... Sie können in unserer... Darf ich... Also Sie haben noch nie einen unterbrochen. Jetzt fangen Sie bei mir an. Das ist aber komisch, oder? Ja, aber das liegt daran, dass Sie... Sie wollen mir ein Konzept bringen, das schaffen Sie aber nicht. Sie können es weiter versuchen, Sie schaffen es aber nicht. Sie müssen schauen, wer das macht, wer stuft denn da ein. Das ist ja keine objektive wissenschaftliche Institution, sondern das ist der Inlandsgeheimdienst, der sogenannte Verfassungsschutz, der politisch motiviert uns verfolgt, bespitzelt, meine Wohnung wahrscheinlich verwandt, mein Handy verwandt hat. Dieser Verfassungsschutz in Thüringen wird geleitet von einem SPD-Politiker, der untergeben ist von des SPD-Innenministers. Also der Verfassungsschutz ist politisch weisungsgebunden, ähnlich wie die Staatsanwaltschaften in Deutschland. Und der Verfassungsschutz, der sogenannte Verfassungsschutz, macht natürlich genau das, was politisch von ihm verlangt wird. Und wenn man sich versucht, mit der Alternative für Deutschland auseinanderzusetzen, ist das inhaltlich extrem schwierig, weil wir in fast allen Politikbereichen immer genau das prognostiziert haben, was eingetreten ist. Und wenn unseren Ansätzen, unseren Politikansätzen gefolgt wäre, dann stünde Deutschland nicht so miserabel da, wie es zurzeit steht. Es ist also nicht möglich, uns fachlich, sachlich, inhaltlich zu stellen. Deshalb wird versucht, uns zu diffamieren und deshalb wird versucht, was also in westlichen Demokratien überhaupt nirgendwo anders der Fall ist, einen Inlandsgeheimdienst auf uns zu hetzen, der teilweise provoziert, der infiltriert, der Provokateure auf uns setzt. Also sowas gibt es in keinem anderen Land. Wussten Sie, dass der Verfassungsschutz in Deutschland Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Fake-Accounts bei Telegram, bei Facebook, bei Instagram betypt, sozusagen als Venus fallen, als Honig fallen, um Leute aus der Reserve zu locken? Also da wird ein Prozess selber inszeniert vom Verfassungsschutz, um politische Mitbewerber zu diskreditieren. Und schade, dass Sie darauf reingefallen sind. Ja, das ist in der Tat nicht die Antwort auf die Frage. Nee, dann stellen Sie die Frage nochmal. Das war genau die Frage. Ich habe die genau beantwortet. Das würde ja die Redezeit nochmal verdoppeln, Herr Brandner. Wir hatten noch eine Dame, die eine Frage gestellt hat. Könnten auch Sie kurz sagen, wer Sie sind und an wen Sie die Frage richten? Guten Tag, mein Name ist Gerda Hörsch und ich lebe in Stuttgart und habe aber einiges erlebt in Berlin, seit ich hier auch lebe, seit mein Mann gestorben ist. Und ich möchte an alle, die da vorne sitzen, die Vertreter, die ja ein Herz und Seele haben müssen, fragen, wann Sie endlich die RKI-Pfalz in Angriff nehmen und das aufklären. Das war das größte Verbrechen aller Zeiten hier in der Bundesrepublik und da wird nichts gemacht und die AfD, die macht da was. Und da kann jeder Mensch merken, hoppla, die haben doch ein Herz und Seele und nicht irgendjemand, der da vorne sitzt, der kümmert sich gar nicht. Alle, die die Impfpflicht wollten, die sind heute ruhig nach den RKI-Pfalz. Ich glaube, Sie hatten mich missverstanden. Es ging um Fragen, nicht um Stellungnahmen. Ich habe so viel mitgemacht. Die Frage war ja, was gemacht wurde und die kann ich auch beantworten, die Frage. Ich habe meinen Mann verloren, ich habe fünf Menschen verloren, die jetzt todkrank sind. Aber ich habe noch viele Menschen, die jetzt todkrank sind. Ich habe viele Menschen verloren. Ich habe das erlebt hier in Berlin bei Demonstrationen, wo man in einem diktatorischen Land nicht erleben kann, wie sie mit mir umgegangen sind. Und das ist Tatsache. Aber es will von der Bundesregierung niemand wissen. Und ich möchte, dass erst einmal das aufgeklärt wird mit den RKI-Pfalz und dann die Richtigen ins Gefängnis müssen. Und jetzt nicht die im Gefängnis sitzen, die guten Ärzte, die es richtig gemacht haben und nicht diese, die es nicht richtig ist. Ich bin jeden Tag bei einer Gerichtsverhandlung hier. Was man da erlebt, das ist unglaublich. Und mehr will ich nicht dazu sagen. Ja, allzu viel Frage war das nicht. Herr Brandner, ich würde Sie vielleicht noch dran nehmen wollen, aber es sind ja alle gefragt worden. Das schließt ja genau an die Frage des Vorredners an. Also in den tiefsten, dunkelsten Corona-Zeiten waren wir als Alternative für Deutschland auf den Straßen, in den Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag die einzige Partei, die die Fahne der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte hochgehalten hat. Allen anderen war das während den Corona-Zeiten egal. Und deshalb ist es uns auch ein Anliegen, ganz aktuell, dass wir in der letzten Sitzung des Deutschen Bundestags als AfD-Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht haben, Corona-Maßnahmen-Rehabilitierungsgesetz, wo also diejenigen, die aufgrund von Corona-Verordnungen kriminalisiert und verurteilt wurden, dass diejenigen, dass diese Urteile aufgehoben werden und das laufende Verfahren niedergeschlagen werden und dass der Staat darum Entschuldigungen bittet bei den Menschen, die nichts anderes getan haben, als ihre Freiheit zu verteidigen.